Hallo, ich bin Michaela Helfrich und hier mit meiner Michaela Helfrich Galerie. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und Willkommen in meiner neuen Galerie hier in Berlin-Charlottenburg, in der Bleibreuchstraße 3. Wir haben endlich eröffnet und Sie können uns jederzeit besuchen. Ich bringe alle meine Künstler mit, alle meine Galerie-Künstler. Sie kennen uns ja, wir sind die Maler, die Maler aus Dresden und die Maler aus Karlsruhe und die Maler aus Leipzig und alle sind sie hier. Und ja, ich freue mich, wenn Sie auch dazu stoßen. Jetzt ist gerade Gallery Weekend, wir bereiten uns vor. Morgen geht's los oder heute Abend schon. Und ansonsten treffen Sie mich immer hier in der Zeit von Dienstag bis zum Samstag. Jeden Tag ist offen und wir freuen uns über Ihren Kunstbesuch. Vielen, vielen Dank. Bis bald.